oh ja das hat man da haben wir doch hier den dicken fertig gemacht genau und jetzt kann ich auch zwei punkte vergeben ich muss zwar den obersten auch noch mal aktivieren aber haben wir quasi ein punkt sogar geschenkt wenn man so will ja und wir haben sogar und die alten anderen waffen haben auch wieder super halt das ist ja eine erleichterung ja sogar aber wir haben nicht den zusatz und der schrott sind also von dieser bereich schon um kann dieser raketenwerfer genau das haben wir ja die könne jetzt auch mit feuer werfen und schoss auch mein kumpel geworfen was geht ab sam it's getting mighty toasty over here hurry up hallo miley okay ist einer gegen die wand gelaufen so feurige angelegenheit hier das ist richtig rein deutsches rein deutsches englisch so i'm running from an exploding volcano and you want me to help with your science experiment if it makes you feel any better i will reward you with an upgrade for your rocket launcher one of my own design seems reasonable also meine gesundheit ist auch bei 200 ist von mir explodiert oh hier gibt es eine neue knarre es ist ein raketenwerfer oder so ein paar ach so ja das stimmt das sieht so mächtig aus das ist ein das ist ein sniper das ist ein sniper das ist ein im karton aber die weiter weg sind geht das ja mit der snipe aber wenn die nah dran sind ist das muss man muss ja nicht mehr an so noch so drauf ich habe mir meinen zusatzmissionen fünf proben ich habe mal eine gesammelt ich weiß gar nicht wo die sind müsste so ein blauer blaues quadrat angezeigt werden weiter habe ich auch drei habe ich sogar drei jetzt zeigt er die anderen gar nicht an oder ich muss wahrscheinlich mehr aber doch in die richtung müssen wir hier 800 meter noch ich habe hier alles wegburned ja 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 dann kommt schon alter läuft hier vor mir weg oh der ist aber ein bisschen größer etwas größerer ja ja das ist das ist Waffe, kann man die nicht mitnehmen? Äh, wo ist die? Hier auf dem Boden, direkt vor dir. Nee, guck mal im Stream, bei mir liegt keine. Krass, ich hab doch voll die fette Waffe. Bisschen, bei mir ist nix hier. Zeigt er mich jetzt in deinem Stream an? Ja, das zeigt er an. Du läufst doch gerade ins Treppe hoch. Nein, ich meine jetzt als Zuschauer. Ja, ich zeig er an, also 1-1. Alter, das geht aber ab, ey. Die Geschwindigkeit hier. Oh. Oh. Nur 1, 2. Alter, das geht aber auch ab hier, ey. Unglaublich. So, du kriegst auch noch einen. Oh, jetzt sind die Vampire auch noch hier. Okay, der eine ist gefehlt. Ja, wenigstens lassen wir jetzt mit Droppen unterwegs mal ein paar Sachen. Mhm. Und. Ja. 400 Meter zur Nebenmission. Oh. Eieiei. Wenn. Meister Lampe kommt. Ja. Ja. So. Ja. Der sieht ja auch aus wie einer von den. Oberbraunen. Ja. Ja. So. Na. So nach oben. Ja, ne. 200 Meter. Okay. Sehr gut. Woah. Hier ist ja ein Lavafluss. Übel. Ja. Ja. Wir werden erstmal voll durchs Feuer gelaufen, ja. Was ist dein Status, Sam? Ich bin auf Feuer! Oh, okay. Nice and crispy. So, 4 von 5 haben wir jetzt eingesammelt. Ja. gut ist ich bin hier in so einem gebäude da kommen die ja nicht rein wir alle angelaufen doch er guckt einmal den aufnahmen ich da gemacht habe drei stücke oder so jetzt zeigt er auch zwei an komischerweise denn dahin hier lang gelassen noch viel noch da das ist ja ein tor, ne? ok hier komme ich nicht lang na guter mal wir müssen ja noch zu dem blauen ding hinkommen ja ich habe hier C4 sprengstoff ich kann den einsetzen achso ich habe gedacht wenn man das hier sprengt oder so dass man denn da hinkommt aber ich habe gedacht wenn man das hier sprengt oder so dass man denn da hinkommt aber das ist ja merkwürdig so warte mal ich komme mal zu dir so ich habe C4 sprengstoff genommen ich spreng mich hier mal durch ich jetzt ich muss hier auch auswählen ja jetzt so jetzt habe ich einen gang frei gemacht hier geht es jetzt weiter ah da ist der nächste also gefunden wo man zu dem blauen kommt ja ich glaube von da aus kommt man hin klar müsste sehr gut manchmal droppen die echt ein paar sinnvolle sachen